Die Klamm AQ Wie funktioniert das eigentlich mit den Power- und Question-Links? Nach jedem Startseitenaufruf lohnt sich ein Blick in die Box mit den Power-Links. Denn sofern ein Kontingent gebucht wurde, erscheinen hier diverse Links, für die es extra Geld gibt. Nach dem Klicken öffnet sich die Seite des Sponsors und ein kleines Pop-up-Fenster weist sie auf die Verweildauer hin. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, wird die Gutschrift bestätigt. Hin und wieder verbirgt sich in dem Pop-up-Fenster auch ein Question-Link. Nach dem Klicken wird Ihnen eine Frage gestellt, für die Sie bei richtiger Beantwortung Geld on top bekommen. Bitte lesen Sie sich jedoch die Fragen aufmerksam durch. Denn nach einer falschen Beantwortung kann diese nicht wiederholt werden. Und das zusätzliche Geld aus dem Question-Link geht verloren.